Die könnte man ja von hinten einfach so ZINGEN! Hehe, ja. Oder auch nicht. John Frazier ist hier gestorben. Oh ne. Und macht denn der hier, Alter? Verdammt, warum, George? Welchen Grund nannte er? Er sagte, eine diplomatische Lösung sei gar keine Lösung. Die Franzosen abziehen zu lassen verzögert nur den unausweichlichen Konflikt. In welchem er derzeit Erobat hätte. Das mag ja sogar stehen. So ungehrlich es zugeht. Dennoch sieht er nicht, wie törig das ist. Es behag mir sicherlich auch noch. Ja, nicht so einfach. Ja, ja, bin ja in der Reichweite. Was soll ich denn? Ich habe ja nichts anderes gemacht als eben. Was soll ich denn? Ich habe ja nichts anderes gemacht als eben. Gibt's doch ja an die, wa? Ja, ja. Das ist ein Witz, ey. Ja, leicht, leicht fail, leichte fails hier, wa? Vielleicht sollte ich sie sabotieren. Na, den werden wir jetzt hier erstmal kaschen. Lauf, lof, 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 lof. Mitnehmen. Ablegen. So. Hm. Ja. So. Hm. So. Verhillse. Malzosen abziehen zu lassen, verzögere nur den unausweichlichen Konflikt. In welchen mir derzeit die Oberhand hätte. Das mag ja sogar stimmen. So unverdentlich ist zugehend. Dennoch. Sieht er nicht, wie törig das ist. Bestbehagene sicherlich auch nicht. Seid weg von der Heimat, unsere Truppen verteilt. Und ich rühre Brüder zu riefdruckt. Ich bringe seine Männer in Gefahr. Ich möchte keine Mutter oder Witze die Todesnachricht bringen, nur weil Bulldog sich etwas beweisen musste. Wo ist der Genug jetzt? Er sammelt die Truppen. Und dann zieht er nach Portoké hinter mich? Let's enter. Der Marsch nach Norden wird aus. Alter. Runter. Schnauze. Mann. Ja, dann komm mal her. Spaten. Na, was ist denn los? Hä, George Washington ist gestorben? Alter, hier sterben ja jetzt andere Leute, wenn es hier so weitergeht. Was ist das denn? Ich krieg die Krise, was ist das denn, Junge? Du greif an! Alter. Ist ja unglaublich wahr. Hahaha. Hohoho. Oh Gott, warum George? Welchen Grund nannte er? Er sagte, eine diplomatische Lösung sei gar keine Lösung. Die Franzosen abziehen zu lassen verzögere nur den unausweichlichen Konflikt, in welchem er derzeit die Oberhand hätte. Das mag er sogar schlimm. So ungehrliches zugeben. Dennoch sieht er nicht, wie töricht das ist. es ist es ist unglaublich ich verstehe ich verstehe nicht das ist na ja gut weiter probieren dann wird halt alles mal ein bisschen fähig so welchen grund mannte er sagte eine diplomatische lösung sei gar keine lösung die franzosen abziehen zu lassen verzögert nur den unausreichlichen konflikt in welchen wir derzeit die oberhand hätte das mag ja sogar dennoch sieht er nicht wie türlich das ist es behagene sicherlich auch so hierin durch die wüsch durch so nicht runterfallen reicht das noch mann 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 komm mal hier hoch so so mauseloch ist zu naja ist dann kopf voll hier war das ja unglaublich so ist die wache da noch da ja die ist noch da runter mit dem kopf hier uhr hier so jetzt können wir die kanone machen so jetzt meint er erst mal das an oder da oben ne quatsch das war ja hier drinnen die war schon richtig stehlen der zonen kommen und anonym werden naja die kanone reizt mich schon die beiden typen da die reizen mich allerdings auch auf eine andere art und weise ob der was sagt man da wo vor ihm rumspringt jetzt die fresse alter ich finde es geil ich finde es geil ich finde es so geil dass ich das hunderttausend mal spielen möchte alter vielleicht sollte ich sie sabotieren so der weg noch ein bisschen beschieben hier welchen grund nannte er sagt eine diplomatische lösung sei gar keine lösung die franzosen abziehen zu lassen verzögern nur den grund ausreichlichen konflikt in welchen wir derzeit die oberhand hätte das mag ja sogar stimmen so dennoch sieht er nicht wie törig das ist es behagene sicherlich auch der heimat und machen die denn da und dann zieht so dann mal hier hoch wenigstens wird wenigstens wird es bald zu eng sein ich hab's versucht ich weiß oh hoffentlich reicht das diese karte hört sich ja mit so zu sein ich muss sie finden karte finden mhm 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 einpacken jawohl so war die kanonen die kanonen die kanonen die meine ich lasse ihn mal hier liegen so nun mal runter zu der kanone so und die zweite kanone ist da boah steuerung steht sie da da steht sie so machen wir die oma kaputt oder war doch immer manipulieren so und dann müssen wir außerdem ding hier und zwar da hoch da lang so hier ist noch irgendwo eine wache her